Der Philosoph Gottlob Frege arbeitet gerade in einem Aufsatz über Identität. Zwischendurch entspannt er sich bei leichter Lektüre. Hmm, wenn ich das richtig sehe, sind Superman und Clark Kent identisch. Sie sind ein und derselbe und Lois Lane liebt Superman. Demnach sollte es auch so sein, dass Lois Lane Clark Kent liebt, aber sie liebt ihn doch nicht. Sie findet ihn unattraktiv. Wie ist es möglich, dass man ein und dieselbe Person zugleich liebt und nicht liebt? Vielleicht hat es etwas mit der Bedeutung der Namen Superman und Clark Kent zu tun. Wenn ein Name eine Bedeutung hat, dann bezeichnet er eine bestimmte Person. Nun sind Superman und Clark Kent identisch. Also bezeichnen die Namen Superman und Clark Kent dieselbe Person. Folglich haben sie dieselbe Bedeutung. Somit hätten auch die Sätze Lois Lane liebt Superman und Lois Lane liebt Clark Kent dieselbe Bedeutung. Denn sie unterscheiden sich ja nur durch die Namen voneinander. Dann könnte es aber nicht sein, dass der eine Satz wahr und der andere falsch ist. Aber genau das glaubt Lois Lane doch. Es kann also doch nichts mit der Bedeutung zu tun haben. Was entgeht mir hier? Hm. Offensichtlich weiß Lois Lane nicht, dass Superman und Clark Kent sich auf dieselbe Person beziehen. Aber irgendwie weiß sie doch trotzdem, was sie meint, wenn sie von Superman und Clark Kent spricht. Superman bezeichnet den, der in Strumpfhosen herumfliegt und dauernd die Welt rettet. Und Clark Kent bezeichnet ihren trotteligen Reporter-Kollegen, der schlecht sitzende Anzüge trägt. Moment, aber das ist nicht Bedeutung. Ja, das ist etwas anderes, nämlich das, was man gedanklich mit den Namen verbindet. Der Sinn, den die Namen haben. Und der ist eben bei beiden Namen verschieden. Eigentlich sieht man das hier schon ganz deutlich. Das ist zwar dieselbe Person, aber sie ist Lois Lane auf unterschiedliche Art und Weise gegeben. Hier als der Held in Strumpfhosen, dort als der troschlige Reporter. Ganz klar, die Namen haben zwar dieselbe Bedeutung, aber eben einen anderen Sinn. Jetzt ist mir klar, wieso Lois Lane Superman lieben kann, aber nicht Clark Kent. Sie verbindet mit dem Namen jeweils einen anderen Sinn, obwohl beide dieselbe Bedeutung haben. Und es wäre für sie deswegen auch überraschend zu erfahren, dass Superman und Clark Kent identisch sind. Ha! Sinn ist nicht Bedeutung. Sinn ist nicht Bedeutung. Ich muss das aufschreiben. In seinem Aufsatz über Sinn und Bedeutung stellt Frege den Unterschied zwischen den beiden detailliert dar. Andere Philosophen unterscheiden in ähnlicher Weise zwischen Intention und Extension, Bedeutung und Bezug, Konnotation und Denotation. Sinn und Bedeutung. 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 Vielen Dank.